Hallo bei euromehl.com. Ich möchte mit euch heute Bärlauchstangerl zubereiten und wir brauchen dafür Mehl, Germ, Zucker, Salz, lauwarmes Wasser, Olivenöl für den Belag Bärlauchpesto und etwas Chiasamen zum Bestreuen. Für unseren Germteig habe ich jetzt mal das Mehl in meine Rührschüssel gegeben und da brückel ich jetzt die Germ hinein und jetzt werde ich nach und nach Wasser zugeben. Und dann kommt noch ein Schuss Olivenöl dazu, Salz und Zucker und jetzt noch Wasser zugeben und alles kneten, bis ich einen schönen glatten Teig habe, der sich unterschüsseln muss. Ich werde jetzt meinen Teig mit einem Tuch abdecken und an einem warmen Ort aufgehen lassen. Er soll mindestens das doppelte Volumen haben, ehe ich ihn weiterverarbeiten kann. Der Teig für unsere Stangerl ist ganz wunderbar aufgegangen und wir werden sie jetzt weiterverarbeiten. Dazu bestreue ich meine Arbeitsfläche mit Mehl. Den Backofen habe ich bereits vorgeheizt auf 200 Grad Umluft. Dann kommt mein Germteig auf die Arbeitsfläche. Den werden wir jetzt schön richtig zirka fingerdick ausrollen. Ich bestreiche jetzt die Hälfte meines ausgerollten Teiges mit Bärlauchpister. Spatze nicht damit. Und dabei wir dann die zweite Hälfte darüber schlagen und die Stangerl rausschneiden. Ich drücke das schön fest. Jetzt schneide ich mir mit dem Teigrad meine Stangerl zu. Und daraus drehe ich jetzt Stangerl und lege sie aufs Backblech, um sie noch einmal aufgehen zu lassen. Ich habe meine Stangerl jetzt noch mit Wasser bestrichen und bestreue sie jetzt mit Chiasamen. Schaut optisch gut aus und gebe noch ein bisschen mehr Biss für die fertigen Stangerl. Die Bärlauchstangen sind jetzt fertig gebacken. Ihr seht auch die Unterseite schön durch. Am besten schmecken sie natürlich lauwarm und so werde ich sie dann noch servieren. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung für die Bärlauchstangen gibt es wie immer unter www.euromell.com Kprofit www.edenk cardiac harness www.edenk www.euromell.com www.euromell.com